Können wir das auf Deutsch? Nein, das können wir nicht. Danke. Mensch, bin ich nervös, weil da drüben auf dem Boden liegt meine Sprache. Okay, in was für großartigen Zeiten wir leben. Weil irgendwann war ich mal Kellnerin, dann war ich Putzfrau, dann war ich Diskotänzerin, dann war ich Hundefrisöse. Wer hätte gedacht, dass alle diese Berufe mich eines Tages auf diese Bühne führen würden. Aber das ist das beste Beweis dafür, weil das Publikum heutzutage so tolerant ist, dass sogar Leute wie ich eine Chance haben. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, sei originell, Sandra. Und das hat mich als Kind total verrückt gemacht. Aber jetzt verstehe ich es, weil meine Mutter war ihre Zeit voraus. Und Gott sei Dank hat sie mir das Mentalität vermittelt, bevor sie selbst in andere Welten entschritten ist. Also danke, Dr. Burda, danke, meine Familie, danke, Karoline, Christina, Gabriela, Barbara, Maxi, geht jetzt ins Bett, Tante Christel, Onkel Heinz, danke, Tante Christel, Onkel Heinz, danke, danke. Ach Mensch, okay, zu meiner Familie in Deutschland möchte ich gerne sagen. Ich liebe euch, ich vermisse euch und ich sehe euch ganz bald. Gute Nacht, geh ins Bett, schlaf gut. Nicht perfekt, aber es geht. Du kannst es verstehen, also es geht. Haben Sie noch Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen? Ja, die Familie in Deutschland. Die Familie in Deutschland, danke. Ja, meine Familie. Aber ich will dir, wie zu sagen. Oh, ja, ich will mir, wie zu sagen. Ich bin ein ... Ich bin ein ... Ein ... Ein? Oh, I know this one. No, you don't. Oh, okay. Ich bin ein ... Ich bin ein ... Ach, 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 Ach. Loch? Like Loch, Loch. Like a lake? Yes, yes. Okay. Ich bin ein ... Does that mean I'm an ... Yep. Yeah, yeah. Ah, Hildeschneider. Oh, here it is. Have a good night. Danke. Das ist ziemlich voll, ne? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, macht nichts. Wow, ich liebe dein Kleid. Ach, danke. Es ist alt, aber es weiß niemand. Nee, nee, mach ich nicht. Hallo. Ist das für Deutsch? Du bist. Ja. Okay, was ist, like, the coolest thing I could learn how to say in German? Leck mich ... Leck mich ... Am Arsch. Am Arsch. Am? Am? Arsch. Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. You can't hear that. Leck mich am Arsch. Oh, no! What did I say? Sandy! Leck mich am Arsch. Oh! Besides English, research shows you are fluent in another language. Please tell me what language that you're fluent in, besides English, and your favorite word, line, or expression in that language. Das ist die deutsche Sprache, und mein Lieblingswort ist Scheiße. Scheiße. And what was that? Scheiße. That's your favorite. I like that. You've just educated me in German. Scheiße. And it sounds sexy. Scheiße. Scheiße. You so can't hear that, can you? Yes, so I can bleed. You can? Yes. Okay. But see, they'll see me going ... and they'll know it's something really sexy. Danke, sagofidezen. Sagofidezen. Hahaha! I know what I just said!